Bist du mir gerade entgegengekommen? In der rechten, nein. In der linken Baracke? In der rechten, wenn wir von der Seite stehen. In der linken Baracke, wenn du hochläufst? Naja, aber wir sind schon hier. Ganz hinten, in letzter Raum, ganz hinten in letzter Raum. Okay, danke. Da ist auch für die M4 nochmal Sachen, aber... Ist doch easy, ne? Ich bin zur letzten Baracke. Die ist auch, weil die dort offen ist, oder warst du dort schon drin, Manuel? Nein, ich bin nicht da hinten. Hä? Wer war hier schon drin, hier hinten? Ich nicht. In der letzten? Auch Jungs ist noch kein Scheiße. Nichts. Dann ist alles offen. Also, ich bin da jetzt drin. Ja, aber du bist ja gerade erst rein. Ja. Ich war doch schon halt dran. Ich war nicht drin. Ich auch nicht. Also, die Tür war offen. Ja, es war alles offen schon dort. Also, was gerade Ries da hatte. Oder warst du dort schon, Nils? Nein, ich war noch nirgendswo drin. Ich bin dir der hergelaufen, Erik. Ich war oben bei dir. Deswegen war ich ja in der daneben. Ja, hier in der war ich auch noch nicht drin. Ey, der muss gerade jetzt jemand sein. Warte mal, ich guck mal hier raus. Warte mal, ich guck mal. Ich guck mal hier raus. Wie machst du denn? Okay. Das ist geil zu. Marvin hat sein Headset nicht auf Lote. Das Tor ist offen. Das Tor ist offen hier draußen. Der ist rausgerannt. Der ist rausgerannt. Der ist rausgerannt. Alter, wie krass. Jungs. Den holen wir uns. Vielleicht ist er auch reingerannt. Oder ne, der ist vielleicht ja auch zu der Scheune gerannt. Der kann sein, Otto ist ja rein. Der ist jetzt vielleicht im Gefängnisgebäude. Fuck, passt mal auf. Ich hab nen Cowboy-Hut auf, ne? Bist du am Gefängnisgebäude? Easy, ja. Nils, bleibst du oben? Bei den Baracken? Bei den Baracken? Bleibst du oben bei den Baracken? Wer ist im Gefängnis? Keiner. Easy. Ne, ich bin nicht drin. Nein, aber davor ist er. Ist einer gerade rausgelaufen aus dem Gefängnis? Echt? Ne, ich bin nicht rausgelaufen. Hör, da ist jemand rausgelaufen gerade. Ich bin gleich tot. Rum, 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 wo ist er? Der schießt auf mich, der will auf mich schießen. Der sagt stop, stop. Wo ist er, wo ist er? Oben bei mir. Wo oben? Oben bei den Baracken. Ja, bei den, bei den... Ich glaub, ich glaub, der ist freundlich oder was. Hinter dir rennt. Ich hab auf ihn geschossen. Ich hab geschossen, ich hab auch geschossen. Er rennt wieder rum, er rennt wieder rum. Rechts. Ja, ich bin tot. Was? Super. Alter. Das ist schon ein Schuss. Ich hab geschossen jetzt. Er ist tot, oder? Ich bin tot, der hat einen Schrot gehabt. Ah, deswegen. Der schießt auf mich. Achso, wer schießt? Ja, ich hab geschossen. Links ist ein Spieler, links ist ein Spieler auf dem Feld. Links auf dem Feld ist ein Spieler. Links auf dem Feld, guck mal. Zu den... Wenn ihr links zu... Nein, nicht ganz links. Da hinten in Richtung Wiebohr. Da läuft ein Spieler. Rechts an der Halle lang. Rechts an der Halle. Hint an der Halle. Weißer Kopf. Hinten an der Halle. Ja, dort läuft einer. Ist ja alleine. Ja, seht ihr den nicht? Ja, ich sehn, ja. Nein. Jetzt läuft er zur kleineren Halle. Aber der ist ganz schwer zu sehen. Hä? Der ist voll hell durch den Helm. Ja, der ist hell, aber der ist schwer zu sehen. Ich bin direkt neben dem. Hier rechts in der Scheune ist der rechts. Hallo? Kann du hier mir? Hallo? Wir sind friendly. Er sagt was. Hallo? Der lockt sich bestimmt aus. Wir sind friendly. Downshoot. Please don't shoot. Da ist mal ein Schuss ab. Ja, scheiße. Pass mal. Passt du mal ein bisschen auf? Ich glaub der schießt nicht. Der war ganz alleine. Hallo? Downshoot. Oh, er liegt, er liegt oben. Alter, der hat sich oben verbarrikadiert. Der liegt oben in der Ecke und guckt hier zu der Tür. Zu meiner Tür auf der Seite. Ich kann dem den Arsch abballern, ne? Nein, warte ich nicht. Ich steck mal meine Waffe ein und geh mal hoch. Ne, nicht hochgehen. Das geht nicht. Du kannst nicht gehen. So, heb mal nochmal die Hände hoch. F2, ne? Ja. Soll ich mal schreiben? Wir sind fünf Leute. Ne, schreibt nix. We are friendly. Don't shoot. Don't shoot. Shoot, I can move. Don't shoot. Ja, dann lassen wir ihn einfach und gehen. Was soll denn das? Wenn er eh nix macht. Sprichst du Deutsch? Der schießt auf mich, der Panda. Unglaublich. Komm, komm ich hol den weg. Ich hol den weg. Ich hol den weg. Sind ja nur am Bluten! Dann los. Alter! Und ist er tot? Weiß ich nicht. Scheiße, die Dämonik ist mir in mir, ey. Ah, ich bin tot! Nein! Wer hat den, wer hat den tot? Ich bin tot! Ich kann mich, ich kann mich nicht bandagieren. Ich hab Bandagen dabei. Liegt denn nur da oben? Ja.